Rieke, dann laufen deine 90 Sekunden ab jetzt. Hallo Rieke. Hi. Geht's dir gut? Mir geht's super, ja. Jod auch? Jod? Geht's dir Jod? Was ist das für eine Sprache? Jod ist Kölsch. Hast du bestimmt schon mal gehört, oder? Ich kann kein Kölsch. Aber in NRW kennst du dich doch aus, oder? Ich komme aus NRW, von daher kenne ich mich ein bisschen aus. Du kommst von da, richtig? Ich komme aus Bielefeld, das ist ein NRW. Aus Bielefeld? Aus Bielefeld. Komisch, mir haben sie immer gesagt, dass es Bielefeld nicht gibt. Den jetzt habe ich schon öfter gehört. Sicher? Sicher. Wenn du das sagst. Von Bielefeld ist es ja nicht weit nach Gütersloh, richtig? Relativ kurze Strecke. Und du hast mal in Gütersloh gespielt? Das kann ich nicht bejahen. Aber sonst bei irgendeinem Verein in NRW? Ich habe in Herford gespielt. Herford hat ein Haar. Du warst auch mal in Hoffenheim, ne? Hoffenheim war ich auch mal. Bei der TSG? TSG Hoffenheim. Die haben da doch einen Frosch als Maskottchen, oder? Die haben, glaube ich, einen Elch oder irgendwas mit Geweih. Und was darfst du noch mal nicht sagen bei dem Spiel? Darf ich das jetzt sagen? Weiß ich nicht. Ja oder nein? Oh, abisch. Bei der TSG hast du ja vier Jahre gespielt, oder? Das ist richtig. Warst du schön da? Hatte eine gute Zeit. Hoffenheim ist eine Großstadt, oder? Hoffenheim selber nicht. Die Städte drumherum sind eher groß. Eine Weltmetropole, würde ich fast sagen. Metropol Rhein-Neckar, oder so nennt man das. Danke für deine Zeit. Gerne.